Hallo und schön, dass du dabei bist. Heute haben wir eine neue Verheißung, Römer 3, Vers 24 und da lesen wir und werden ohne Verdienst gerechtfertigt aus seiner Gnade durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ohne Verdienst. Das ist eine Zusage, eine Verheißung. Ohne dass wir es verdient haben, werden wir gerechtfertigt. Wie? Durch Jesus Christus, denn er ist die Tür, die Wahrheit und das Leben. Nimm es mit. Ohne Verdienst kommst du in den Himmel. Gerechtfertigt. Wenn wir es verdienen könnten, dann würden wir es gar nicht schaffen, aber er hat es bezahlt. Ich wünsche, dass du das mitnehmen kannst und einen schönen Tag wünsche ich dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.